Ihr fragt oft, warum das Amulett zerbrechen könnte und was dann zu tun ist. Ich verstehe euch sehr gut. Als mein erstes Lieblings-Amulett zerbrach, war ich so besorgt, als ob ich einen Freund verloren hätte. Macht euch bitte keine Sorgen darüber. Wenn das Amulett zerbrochen ist, bedeutet das, dass der Geist seine Aufgabe erfüllt hat. Er hat dir all seine Kraft gegeben. Er hat alles für dich geopfert. Und wenn das Amulett zerbrochen ist, bedeutet das, dass der Geist frei ist. Und der Geist geht in andere Welten, wo er leben soll. Und er wird Kraft sammeln, um in Zukunft anderen zu helfen. Wenn das Amulett zerbrochen ist, könnt ihr es zuallererst in die Hand nehmen und ihm auf jeden Fall danken. Es hat sein Bestes für euch getan. Dann macht ein Foto und schickt es mir. Oder kommt zum Seminar und bringt es direkt mit und zeigt es. Es kommt vor, dass nur ein kleines Stück aus diesem Gefäß, in dem der Geist lebt, herausgebrochen ist. Und es gibt Zeiten, in denen das keine große Sache ist. Es reicht, ihm zu streicheln, ihm zu danken und alles ist gut. Es gibt aber auch Zeiten, in denen man wirklich seine Liebe hineinstecken und es ein wenig flicken muss, wenn eine Schnur gerissen ist. Und es gibt Zeiten, an denen der Geist seinen Dienst an euch beendet hat und losgelassen werden muss. Macht euch keine Sorgen. Schließlich sind das unsere Freunde. Es ist eine Kraft, die an uns weitergegeben wird. Und so sollte es auch sein. Wir wechseln viele Dekorationen im Leben. Manche kommen und manche gehen. Und wir sollten viele Geister als Freunde haben. Einige haben ihre Aufgabe erfüllt und sind gegangen. Andere sind hinzugekommen. Und immer, wenn euer Amulett zerbrochen ist oder verschwunden ist, wenn es verloren ist, bedeutet das, dass ihr zum Schamanen zurückkehren müsst. Damit ein noch stärkerer Helfer, ein noch stärkerer Geist seinen Platz einnimmt. Ja, immer wenn das Amulett zerbricht, danke ihm. Bitte, danke ihm. Und bringe es zum Schamanen. Der Schamane wird ihn sicher heilen und alles tun, was er kann, um ihm zu helfen. Amulette und Talismanne, aufgeladen an den stärksten Kraftorten, erwerbe das Amulett. Individuelle Sitzung Entfalte deine Bestimmung Erfahre mehr und melde dich an.